hallo ist ein neues video von eva tv und ihr seht ich habe eine mega location rausgesucht ich bin hier auf der anderen seite des hamburger hafens mit direktem blick auf die elbe und den hafen und da kommen die dicken schiffe schon vorbeigefahren ich habe mir mal das lemo mk24 rausgesucht wo ich mache die neuen feature an diesem fahrrad testen wollen was es kann und wenn ihr dran bleibt dann habe ich zum ende noch ein ganz ganz fettes feature für euch und zwar ist das die belt variante und ich werde versuchen den steilsten anstieg in hamburg mit bis zu 22 prozent einmal analog aber auch einmal mit motor hoch zu fahren mal sehen ob ich da hochkomme du suchst eine e-bike versicherung dann schaut doch mal unter www.helden.de lemo produziert seit eineinhalb jahren halb fahrräder und ich hatte ja schon in 2023 dieses wirklich sehr sehr schicke stylische ebike für die city für den urbanen einsatz schon getestet und auch schon geschaut was diese maschine wirklich suchen kann und lemo hat mich jetzt angerufen und gefragt sag mal kannst du nicht die neuen features vorstellen die dieses fahrrad hat aber vorneweg bevor ich dazu kommen muss ich natürlich einmal sagen vom äußeren vom äußeren hat sich an dem fahrrad nichts geändert es ist genauso wie vorher die vorteile sind noch genau da und zwar dieser stylische rahmen mit seinen wirklich also ohne schweißnähte auskommen weil es da eine besondere art der verklebung gibt dieses tolle display was ins oberohr eingelassen ist was echt gut zu sehen ist dann natürlich diese anderen vielen features diese farb features mit dem sattelrohr mit dieser besonderen art und natürlich auch dass es das extrem leichte gewicht hat mit deutlich 120 kilo es sich sehr gut tragen lässt und am ende auch und das ist das besondere feature an diesem fahrrad dass man das fahrrad eigentlich als analoges rad kauft also ohne diesen big pack oder smart pack hier wo die ganze technik drin steckt und du es als allererstes mal analoges rad kaufen kannst und es dann schon preis hat wie wirklich analoge räder und wenn du dann diesen smart pack noch dazu nimmst dann wird es einfach mal zum e-bike für die city für den urbanen einsatz und ich hatte ja damals in meinem video schon gesagt was für ein filigraner eleganter flitzer wo man echt schnell von a nach b kommt wo man sogar lange touren hat aber es hatte natürlich auch einen kleinen nachteil dieses fahrrad das kann man nicht anders sagen dadurch dass diese sitzposition so extrem sportlich ist das cockpit so schmal und man an dem cockpit eigentlich praktisch auch nichts verändern kann ist es halt immer noch ein sehr sehr sportliches fahrrad und das ist auch so geblieben ein feature haben sie noch aber das haben sie mir leider nicht geschickt sie haben eine absenkt beziehungsweise sattelschütze wo eine federung drin ist was den komfort etwas erhöht na ja es ist auf jeden fall so von den fahrleistungen super von der position könnte es auf jeden fall für mich ein bisschen abgebildet ja wenn wir einmal ganz genau hingucken was gibt es denn für neue features einmal ein feature ist natürlich dass die gesamte steuer und antriebstechnik in diesem smart pack drin ist das ist einmal natürlich die steuern halt dann ist es auch eine fette power bank habe ich selber schon ausprobiert du hast hier die klappe und kannst hier alle möglichen kabel anschließen um sozusagen dein laptop dein handy alles aufladen dann hat es als weiteres features du kannst du über die app denn dieses apple aktivieren und so kannst du immer als ob du sind ertig drin dass dein fahrrad wiederfinden und jetzt kommen wir natürlich zu den beiden fettesten features die dieses fahrrad hat einmal hier vorne ein klappmechanismus um dein handy da rein zu klappen und wenn du navigieren willst deine uhr ablesen willst oder gucken willst wenn du nicht sprechen möchtest dann kannst du das da vorne einstecken und die zweite das zweite feature was auf jeden fall eigentlich das fetteste ding ist was sie haben dieser tolle hinterrad motor der dieses flip flop system hat wo ich da sozusagen auf analog und auf antrieb stellen kann der hat jetzt ein drehmoment sensor bekommen wir hatten ja vorher der immer dieses thema das sozusagen der motor echt schwer eingesetzt hat oder echt paar umdrehung brauchte das ist jetzt tatsächlich weg allerdings muss ich sagen ich würde jetzt jede stufe auch noch mal besprechen wie gut sozusagen dieser drehmoment sensor auch funktioniert in diesem rad und natürlich auch habe ich hier die welt variante und will eigentlich rausfinden für sehen ein diese welt variante gutes und ich sage mal so kennt ihr das noch und wer rät woher dieser ton ist warte mal ich sage nur alex christensen der kriegt auf jeden fall so ein tolles t-shirt von mir geschenkt also wer als erster reinschreibt woher diesen ton kennt der gewinnt einem so emtb ein t-shirt ja um rauszufinden wie gut der drehmoment sensor und der mode überhaupt funktioniert will ich jetzt mal alle stufen einmal durchfahren ich fange an bei der stufe 0 also ohne unterstützung und beschreibt einfach mal was ich empfinde ich tritt rein und muss echt sagen das ist wie damals beim bmx der gang ist echt schwer und die ersten paar meter sind echt anstrengend ich bin jetzt so auf 22 23 jetzt komme ich einen idealen tritt das ist sehr angenehm und rollt strengt aber trotzdem an und wenn ich jetzt noch die frequenz erhöhe was ja ungefähr höher schalten gleich kommen würde dann muss ich ganz schön reintreten um schneller zu werden und ihr hört das an meiner atmung es strengt mich schon an und jetzt sollte eigentlich der drehmoment sensor sofort reagieren und einen angenehmen schub nach vorne reißen ich gucke noch mal nach hinten wegen dem verkehr weil hier auf der elbchaussee ist richtig was los hier tanzt nämlich der papst im kettenhemd ok ich starte von null und ich merke gleich dass der motor natürlich mich viel angenehmer beschleunigt ihr hört das auch in meiner atmung dass ich viel weniger haben jetzt bin ich so ein 23 24 der idealen tritt wo der motor ganz viel schiebt und ich eigentlich gar machen muss und wenn ich jetzt schneller fahre 27 27 das übertreten das macht dann echt einfach und macht viel spaß der drehmoment sensor schlägt voll rein und funktioniert echt gut so jetzt nehme ich die stufe 2 und jetzt muss mir natürlich die beschleunigung ja das nennt man deutlich ganz anders noch viel angenehmer zu beschleunigen gleich auf die 24 und ich leide echt angenehm dahin noch viel angenehmer als in der stufe vorher und wenn ich jetzt im sprint fahre dann kann ich hier voll rausziehen und kann bis 35 raus beschleunigen hier passt motor und der riemen wirklich sehr harmonisch und gut zueinander und ersetzt eigentlich die gang schaltung ja jetzt habe ich in stufe 3 geschaltet und das ist natürlich königsdisziplin wo der motor mit voller leistung nach vorne beschleunigt ich schaue wieder nach dem verkehr und passt genau die situation ab zwischen tot und mord und fahre jetzt los und jetzt wirkt er ein bisschen rauer aber er fährt gut los das ist natürlich noch mal ein ganz anderer schnack wenn der motor volle leistung hat ich bin sofort auf 27 28 das ist echt eingenehm und kann so hier ganz entspannt rollen kurz über den punkt wo der motor normalerweise aussetzt und ist natürlich ein idealer begleiter für längere strecken wenn man sich nicht anstrengen will auch wenn ich hier den sprung fahre der beschleunigt natürlich hervorragend auch hier natürlich stark ist der kurzes fazit zu dem drehmoment sensor ist natürlich voll eingeschlagen und das was sozusagen in dem test vorher von dem allen draht war was nicht so gut funktioniert hat das funktioniert hervorragend dass er wirklich sehr sensibel und gut angeht und dich natürlich beschleunigt klar in stufe eins weniger als stufe drei aber das gute ist ja dass du selber aufgrund deiner körperlichen täglichen fitness oder aber auch so wie du fühlst entscheiden kannst mit wie viel zusatzunterstützung du fährst in null ist es so da würde ich es auf jeden fall lassen auf jeden fall nicht aber nur wenn man ziemlich sportlich ist und ich werde jetzt nochmal die hardcore challenge machen bis zu 22 prozent hochfahren mit der kiste ja da ist der steilte berg hamburg mit durchschnittlich 16 prozent und an der steilte stelle 22 ich habe mir die steilte stelle hier mal rausgesucht und mal gucken ob ich mit dem lemo in der dritten unterstützungsstufe hier hochkomme ich komme noch nicht mal angefahren dann müssen wir anders machen wir machen die selben technik ich muss sagen es geht aber an der starken stelle tut er sich echt schwer es geht aber nur in der selben technik ich habe jetzt mal mein handy hier rein geklemmt und ich finde es nicht so vertrauenswürdig weil es auch ziemlich wackelig ist das was ich mir denken würde wenn hier unten so ein kleines gummi wäre das sozusagen das handy hier nicht rausrutschen könnte weil nach oben wird es ja nicht wegrutschen dann wäre es ok dann würde ich sagen dann ist es gut aber diese klammern sind nicht halt nicht so also ich finde es auf jeden fall so aber ja meine kaufe empfehlung du kriegst halt für 2400 euro echt mal ein fettes ding natürlich alle leute die richtig stylisch in draußen in der city im urbanen bereich unterwegs sein soll weil das ist es diese funktion mit dem alarm und abschließen haben die super gemacht dass man auch diesen pack rausnehmen kann den auch mieten kann finde ich auch super dann dieser ganze die ganze rahmenform mit denen wo du keine schweißnähte hast super und natürlich am ende des features das ist auch einfach analog fahren kannst und das mache ich oft so dass ich den motor gar nicht an mache und hat analog mit dem fahrrad fahre super und natürlich dieser dieser ton den fehlen natürlich hammer hart nach wie vor ist es natürlich noch ein sehr sportliches fahrrad was auch sozusagen sportliche fahren wenn ich jetzt sozusagen auf den belt komme am ende dann muss ich sagen wenn du das rad als analoges rad benutzen willst lass das mit dem belt einfach sein das macht überhaupt keinen sinn weil die übersetzung halt so gewählt dass du am ende echt hart reintreten musst im mittel eigentlich ganz gut tritt aber wenn du wirklich schneller fahren willst dann fehlt einfach noch der kleinere gang oder größere gang um halt einfach weiter zu fahren aber in kombination mit dem motor und in drei stufen macht es schon wieder eher sinn und dann komme ich darauf wenn du nicht die harten anstiege hast bei dir zu hause also wenn es wirklich irgendwie wie eben am berg gesehen so steil berg hoch geht dann brauchst du das rad auch nicht aber wenn es vielleicht so leicht vielleicht um fünf prozent ist da wo du fährst dann kannst du natürlich mit dem belt auch zurecht kommen und dann ist natürlich der belt auch einfach so gut gemacht belt meine natürlich marien dass du auch einfach hier eine sorglos maschine hast du musst die kette ja wissen weil sie bellt nie nachstellen muss nichts machen und kannst ja die ganze zeit fahren rundum ist es immer noch ein starker city flitzer und die beiden neuerungen muss ich natürlich sagen das kann man sich kritisch ich würde mein 1000 1500 euro handy jetzt da nicht einklemmen weil ich einfach schiss hätte dass irgendwann runter fällt auch wenn es nicht so ist und nichts versichert hat aber alles was um die motor ist mit dem drehmoment sensor das hat sich wirklich gelohnt dass es so ist dass der motor einfach viel mehr flexibilität und also viel mehr power gibt und das rad hat viel alltagstauglich gemacht rundum willigen zwei gelungene features die sich eingebaut haben aber ich fahre jetzt noch mal zu mir meine meine werkstatt und überarbeite das fahrrad noch mit zwei kleinen sachen und guck wie viel besser es dann auch noch fährt also vielen dank dafür dass ihr mir zugesehen habt lasst ein like da ein abo schreibt kommentare zum fahrrad und wer so ein tolles t-shirt haben wir nicht es nicht gewonnen hat der kannst du natürlich auch in meinem kanal kaufen also vielen dank dafür ich verabschiede mich hier mit der besten aussicht die hamburg zu bieten hat direkt über die elbe in hamburger hafen rhein